Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clicker Heroes! So, E7 habe ich nur? So wenig? Ach ja, ich hatte ja neu gestartet, stimmt ja. So, aber E7 ist dann doch schon mal gar nicht so schlecht. Guck mal, die kann man hier alle auslassen. Ich kaufe jetzt erstmal so einen hier. Krass. Guck mal, dann platzen die einfach nur weg. Progression Mode stelle ich mal einen. Damit komme ich jetzt, glaube ich, ziemlich weit, würde ich mal sagen. So, ähm... Ich kaufe mal noch zwei davon, ne? Und dann gucken wir doch mal, was wird wir hier so kriegen. Zehn davon. Das ist doch auch schon sein erster Skill da. Den kann ich aber noch nicht wirklich, äh... Benutzen. Und ich muss hier mal eben... Kann ich hier nicht irgendwo... Ach nee, dafür muss ich hier raus, ne? Und, äh, eben Lautstärke Mixer leiser machen. Sorry, dass ich euch damit so oft belästigen muss. Aber ich musste oft Windows neu machen. Ne? So, den holen wir auch nochmal. Aber wir gucken mal. Äh, zehn. Ich brauche ja erstmal von jedem Zehn für den ersten Skill. Da kaufen wir mal schön einen hier. So, die kaufen wir natürlich auch sofort. Kostet ja nix, ne? Oh, jetzt schreibt mich hier einer im Skype an. Gibt's ja wohl nicht. So. Den ersten Skill... Ach nee, den ersten Skill gibt's später, ne? Da ist der nächste Skill. Clickstorm. Aber im Moment brauche ich den ja eher nicht so. Sag ich mal, ne? So, wo kriegen wir nochmal schön zehn Stück von ihr hier? Kann ich auch nochmal kaufen? Auch nochmal 100 DPS? Ja, da kann ich schon mal mit leben. So, jetzt habe ich auch nur noch extrem wenig Kohle. Aber ich gebe jetzt mal alles aus. Ich muss das ja eh ein bisschen verteilen. Ist am Anfang so schön, weil man so viel kaufen kann. Einfach hier. Bäm, bäm, bäm. Also lohnt sich schon die ganzen Dinger, ne? Also. So. Den Boss, den packen sie, glaube ich, auch locker, ne? Den stecken sie locker in die Tasche. So, erst mal... Oh, einen kann ich davon nur kaufen. Schade. Ist hier König Midas hier oben? Ne, der kommt erst später, ne? Ah, haben sie locker geschafft. Mal eben ein paar Level. So, was kaufen wir noch hier? Okay, Click-Divage bei 0,05. Hiervon können die auch nochmal eigentlich voll viel kaufen, ey. So, wie viel brauche ich denn dafür? Boah, 4000 E-Gold. So, und Level... Ach, ne, habe ich schon. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur warten, da ich ein bisschen Geld kriege, ne? Ach, guck mal, lol. Habe ich ja jetzt hier 4000. Was ist das denn, ey? Haha. So. Bring jetzt nicht ganz so viel, wenn ich klicke. Irgendwie hier so gefühlt. Ne, weil die rotzen jetzt natürlich gut durch. Aber ich glaube auch, es wird dann schwerer, wenn man neu startet, ne? Kann das sein? So, wie viel kriege ich denn hier? Was kostet der? Lol, der ist ja super billig. Warum kriege ich denn hier so viel Geld schon? Weiß nicht. Egal. So, ich kaufe noch ein paar. Was kann ich denn noch alles kaufen hier? Ich kaufe erst mal den hier durch. Oh, jetzt habe ich die ganze Kohle verbraten. Was brauche ich hierfür? Level 100. Okay, habe ich. So, Level 100. Den Skill kaufen wir auch noch. Level 125. Ja gut, dann machen wir das doch eben hier. Kommt doch genug Kohle raus. Kann immer mal so ein paar Levels kaufen. So. Gleich habe ich das. Geht doch kaputt jetzt da. Und nicht mal eine Kiste kommt, weißt du? Ich will mir schon wünschen, dass jetzt eine Kiste kommt. Komm, geht kaputt. Ich brauche ein bisschen Geld noch jetzt hier. So, 125. Jetzt brauche ich noch 1000 E7. Dafür muss ich ein Level höher, ne? So war das, ne? Plus 100% DPS für 30 Sekunden. Aber das mache ich gleich jetzt beim Boss. Aber ich habe nämlich sonst die Befürchtung. Dann schaffen die nicht hier. Level 35. Krass eigentlich. Was für Lutscher ich da angestellt habe, ey. So. Und nochmal 150%. Musste ich jetzt kaufen. Sorry, also tut mir leid. Aber musste jetzt sein, ne? So. Was kann ich denn noch kaufen, hier schönes? Hier noch so einen? Ah, guck mal. Merkt man auch, so ein bisschen beschleunigt hat es das. Ah, guck mal. Nochmal zwei. Nochmal einen. So, und ich will jetzt den Boss sehen, den nächsten. Komm, hau rein hier. Komm, hau ab. Hau ab, du Mausgewicht. Maus. Mause. Mausgericht. Ja, doch, so heißt er. So, hier. Zehn. Dann hole ich jetzt das als nächstes. äh, 2500 E7. Aber die müssen wir eigentlich gleich kriegen. So, wenn ich den jetzt noch kaputt mache hier. So, machen wir einen Clickstorm an. Aber ich glaube, selbst dann schaffe ich das nicht. Scheiße. Oder? So, dann muss ich mal mein Makro anschmeißen. Boah, wird eng. Aber ich glaube, könnte was geben. Also. Versuchen wir es mal, ne? Also, wir sind auf jeden Fall locker über der 15-Sekunden-Grenze in der Mitte. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt gleich mein Makro ausgeht, weil es jetzt hat ja schon brutal oft geschlagen, also. Komm, hau rein. Jetzt machst du auch nicht mehr so viel DPS. Boah, wird doch mal richtig spannend. Schaff ich's? Schaff ich's? Oh Gott, oh Gott. Yes! Ah, gut. Okay, Makro läuft aber immer noch. Krass. Komm, jetzt ab geht's. Wie übel, bitte. Ah, so. Reicht aber auch. Guck mal, die DPS auch noch mal. Hat man jetzt schon gesehen, dass es einen krassen Boost gab. So, die kaufen wir auch noch mal. Ja, bin ich doch schon wieder eine ganze Ecke weiter, ne? Knapp 10 Level. Und ich würd sagen, ich lock mich jetzt hier aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ihr, vergesst nicht liken, vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.